Abschluss, bitte. Nur nur Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage und da geht es um die Funktionsweise des Rates, um die Ratspräsidentschaft. Denn man sagt uns ja, dass es die siebte Operation dieser Art ist, dass das nichts mit dem Rat zu tun hat. Und wir haben ja Dokumente, die wir dann irgendwie zufälligerweise bekommen, da steht aber Rat drauf. Aber es ist nicht der Rat. Ich weiß es gar nicht. Was ist überhaupt der Rat der Europäischen Union? Welche Rolle spielt dann die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union? Mas Majorum, da schien die italienische Ratspräsidentschaft gewesen zu sein. Ich habe da ein Dokument von 22. Januar 2015 gesehen. Da wurde eine Bilanz von Mas Majorum gezogen. Das war also unter lettischer Präsidentschaft. Da stand nicht darunter italienische Ratspräsidentschaft, sondern Ratspräsidentschaft. Und jetzt haben wir Amberlight und da gibt es die gleiche Bezeichnung. Und die Dokumente werden wie normale Dokumente des Rates bezeichnet. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Wir haben Mos Majorum. Da haben wir die italienische Präsidentschaft gehört. Und die hat uns erläutert, dass das nichts mit einer Jagd auf Migranten zu tun hat. Wir sollten da keine Sorgen haben. Es ginge nur darum, dass die Betrüger bekämpft werden müssten und die Menschenhändler bekämpft werden müssen. Jetzt werden die gleichen Operationen fortgesetzt. Aber ich würde sagen, die italienische Präsidentschaft hat zumindest unseren Vorteil, eine Verdienst klar zu sein. Weniger Doppelzünglichkeit. Es geht jetzt darum, Informationen zu erheben, dann die Diskussionen zu schenken, zu speisen, die Lücken zu füllen. Und dann liest man im schriftlichen Dokument, dass es notwendig ist, Smart Border zu füttern und dass die Interventionen sich auf die Luftgrenzen konzentrieren werden. Ich denke, da sieht man doch, dass das Europäische Parlament letztendlich missachtet wird. Und ich möchte mich den Fragen anschließen, die bereits gestellt wurden. Was werden Sie tun mit der Datenerhebung von personenbezogenen Daten? Wenn es darum geht, Smart Border und PNR zu speisen, dann ist das eine Datenerhebung von personenbezogenen Daten. Ansonsten habe ich Schwierigkeiten mit meinem Schattenbericht. Was ist denn ansonsten Smart Border? Das ist das eine Datenerhebung von personenbezogenen Datenerhebung von personenbezogenen Daten.